Willkommen bei Schmid Sommerach. Wir machen einen kurzen Rundgang durch unser Lager. Wir zeigen Ihnen unsere Mini-Bagger. Wir sind gut bestückt. Hier zum Beispiel ein XN12 mit 13er Yanmar-Motor, eine 1,2 Tonnen Maschine. Hier ein 1,6 Tonner, auch mit 13er Yanmar-Motor, ein sehr erfolgreiches Modell für 13.900 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Hier unser meistverkaufter, der XN08 XN10 mit einzelner Dieselmotor, mit separaten Ölkühler, mit Betriebsstundenzähler und mit Warnanzeige für Öldruck von uns nachgerüstet. Hier die Maschine ist auslieferungsfertig, schon mit den zwei Schaufeln dabei. Dann hier noch ein 1,6 Tonner, auch auslieferungsfertig, mit Zusatzschaufeln, Filterpaket und Werkzeugkiste. Das ist unser Lager. Wie gesagt, hier die meistverkauften XN08, haben wir in verschiedenen Farben. Wir haben das in Orange, in Gelb und in einem ganz neuen Blau. Hier ein bisschen versteckt. Wie gesagt, die Auswahl ist groß. Die Top-Maschine im Moment, die wir auf Lager haben, ist der XN20 und der XN18. Die unterscheiden sich eigentlich kaum, die Maschinen. Das ist dasselbe Fahrgestell. Wir haben hier den XN18 mit der seitlichen Steuerung, vorgelagerte Steuerung, mit Knickerarm für 17.900 Euro, mit Zweiganggetriebe und auch einem Yanma-Motor. Unsere kleinste Baureihe ist die Wombat-Serie. Der Wombat 600, jetzt im 220er Modell, in vielen Punkten verbessert. Eine kleine, schmale Maschine mit 72 Zentimeter, aber mit sehr viel Kraft und 12 PS Motor und das Ganze für 6.380 Euro. Kommen Sie bei uns vorbei. Wir haben sicherlich den richtigen Bagger für Sie. Wir haben eine große Auswahl. Veranbauen Sie einen Termin mit uns und dann werden wir es Ihnen gerne zeigen. Danke, Tschüss, bis zum nächsten Mal.